Mit diesem Trick gibt's Gratis-Snacks von jedem Automaten. Diesmal gibt's den Geheimcode, auf den ihr alle gewartet habt. Ich wusste, dass es klappt. Denn viele von euch haben mit sowas in der Arbeit zu tun und hatten deswegen Codes und Insider-Infos parat. Und diese Tipps wurden mir geschickt. Vorher schaue ich kurz, ob es mit Internetcodes auch klappt. Der erste Code ist 4590. Scheint sich nichts zu tun. Dann probiere ich noch einen. Ich freue mich so krass, euch gleich den Geheimcode zu zeigen. Jetzt der letzte. Der lautet 3309. Klappt's diesmal? Jetzt gibt's nur eins zu tun. Dann kommen jetzt eure. Wir starten mit dem ersten von euch. Finn sagt 4590. Netter Versuch, Finn. Leider hat's nicht geklappt. Gleich kommt der heiß erwartete Code. Doch vorher noch einen eurer Code. Liang sagt 3309. Dann kommt jetzt der letzte. Matt Joule sagt 0108 Stern. Jetzt kommt der Geheimcode, auf den ihr alle gewartet habt. Ihm hab ich den Geheimcode schon gesagt. Egal, ob der klappt oder nicht. Ich hab noch einen sicheren Insider-Code. Der kommt gleich bei 160.000 Abos. Aber vorher der erwartete Code. Enttäusch uns nicht. 25370. Dann jetzt die Geheimwaffe. Viele bestätigen wohl, dass es klappt. Es fehlt aber noch einer, um den Code freizuschalten. Also jetzt kostenlos abonnieren.